Ich bin Henry und ich erzähle euch heute von meiner zweitlängsten Freundschaft, nämlich Stimme-Fruis und wir waren bei den Kindergarten und dann sind wir jetzt auch zusammen in der Schule, aber ich weiß gar nicht mehr, wenn wir uns kennenlernen, denn es ist nämlich für so lange her, denn wenn du jetzt zu mir kommst, dann spielen wir Lego und spielen auch draußen Fußball und wenn ich jetzt zu mir jetzt komm, spielen wir Lego und gucken auch was ein bisschen und dann malen wir auch noch was und ich natürlich wo es verhält ist und wenn ich es nicht so verärmte. Und ja, ich merke euch ein, ich habe mich auch einander wo es verschwunden und dann haben wir uns wieder vertragen und ich habe es tatsächlich nicht so toll angefühlt, wenn man sich verschwunden hat und dann haben und dann können wir uns aber wieder vertragen bei der einen Befragenschaft, weil wir uns wieder vertragen haben, weil ich das auch gut, weil wir uns wieder vertragen.